Shitty Timing, Seamor. So. Okay, also Thunderplanes sind's dann noch. Ich dachte eigentlich, Thunderplanes wäre das Nächste, aber anscheinend nicht. Guck mal mal. Ja, okay, das ist, wie angesprochen, ist es geblockt. Wegen einem Ferocious Storm. Oh. Oh mein Gott. Okay, dann gehen wir zu den Farplanes. Also, hier oben war das, ja. Giggidi, giggidi, genau. Und mittlerweile dürfte uns... Ach so, ja. Mittlerweile müsste uns der Kollege eigentlich durchlassen. You shall pass. Remember, the Farplane is sacrosanct proper conduct, please. Oh mein Gott. Bin mir halt noch mehr antike Worte gerne. Ohlala. Die Frage ist, ist es da ein Tempel? Hm. Oh shit. Die Frage ist, über dieses Farplane. Wenn jemand stirbt, ein Summoner sendet sie zum Farplane, richtig? Also, ihre Säulen, oder whatever sie sind, sie gehen zum Farplane, richtig? Aber das ist das Farplane, wo wir gehen, richtig? Und Yuna's alten Mann ist da, auch? Die Menschen, die da leben, oder so? Hm. What the fuck? You thinkin' those funny thoughts again, yeah? Hehehe, yeah. You'll see, once we get there. Ah, der ist vom Soul Reaver fast irgendwie, was die Seelen zumindest angeht. What? What? You're scared. Searching the past to find the future. This is all that is there. I need it not. You'd better be going. Hm. You're not really going to see the dead. More like your memories of them. People think of their relatives, and the Pyreflies react to them. They take on the form of the dead person. An illusion, nothing else. Hm. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Hm. Okay. See you later. See you later. Good. You better be going. You're still here. Na gut. Sieht man ja fast Persönlichkeit noch ein bisschen mehr als sonst von Oren. Meine Herren. Dann mal rein da. Die Frage ist, wenn wir jetzt die ganzen... Ähm... Creatures besiegen? Weil, ne, die lassen ja auch diese Seelen frei. Und das durch das Sending, die wahrscheinlich auch zu den Far Plains geschickt. Ob die Creatures dann allerdings auch zählen, als Seele? Hm. Wir finden wahrscheinlich unseren alten Herren. Denk ich mal. Das ist ja fast wie ein... Zirkus. Pfff. Oh, wow. Oh, wow. Pfff. Das ist krass. Der Far Plain war cool. Aber ich konnte nicht über die Yuna denken. Sie waren sehr glücklich zusammen. Aber es hat mich gefördert, dass vielleicht sie sehen, würde Yuna wirklich über die Seymours-Proposal machen. Was ist los mit dir? Kimari no talk anymore, eh? So, das ist... Wie hieß er? Yo, Chapu! Chapu, genau. Sollte dich vorhin zu sehen, ja? Sorry. Ich weiß, dass du es nicht gegen mich wirst. Ah, ich verabschiede das Spiel. Ich bin ein Guardiator von hierher, duißt? Mit der Wallahmesser kauft. Huh? Wow. Na, der Avenger oder Revenger oder wie er heißt es viel besser. Er ist tot, und ich bin immer wieder жив. Willkommen hierher, das macht es wirklich klar. Ich sollte mehr auf das, was ich jetzt machen muss. Haha. Was? Ich bin nicht sicher, was ich sage. Du hast nicht, dass du einen Chapu hinterlassen solltest? Ich bin sicher, dass er ein großartiger ist, aber es gibt noch andere. Hmm. Das ist eine Möglichkeit. Oh, ja. Kumpanen machen. Ja. Nein. Warum nicht versuchen, jemanden zu kenne? Alles, was du tun musst, ist zu denken, über sie zu denken. Nur ein bisschen mehr. Also, uh, Yuna? Ich habe entschieden... Oh, wirklich? Das ist gut. Ich erinnere mich, als ich nur sieben Jahre alt war, in Bevelle, der Tag. Mein Vater hat Zinn verletzt, und die ganze Stadt war in den Straßen. Jeder war lachen. Sie sahen so glücklich. Wenn ich Zinn verletzte, würde das alles glücklich machen. Ich muss machen, was jeder will, nicht nur was ich. Oh Gott. Let's go back. You gotta tell Seymour. Before that, call Sir Jack. Give it a try. Huh? Don't worry. He won't come. Trying not to think about my old man, made me think about him, of course. reverse psychology. He isn't here, because he's not dead. He's sin. That means he's alive, you know. What if my old man really is sin? What would I say to Yuna? Heck, uh, to everybody in Spira. Wait, why should I have to apologize for him anyway? I'd rather never see him again. What makes you hate him so? No. Everything he does just makes me mad. It was his fault that me and my mother... Mom? It's her. She's very pretty. But... Wait. No one ever performed the sending for her. She must have accepted death while she was still alive. Whoa there. That's my mother you're talking about. Oh, I'm sorry. Hmm. It's okay. Ah. I think I just... Figured something out. What? Why I hate my old man. Not an complete douche. See, so I told him what I thought of him right there. What? Really? Of course. I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear. Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me. Maybe that's when I started to resent him. Even hate him. When he left us, Mom just lost her energy. Is she alright? Why should you care? If she dies, I wouldn't know what to do. Don't say Mom is gonna die. I apologize. The old lady next door told me, when a love bird dies, the one left behind, it just gives up living, so it can join its mate. It was just like that. I hated my old man even more. But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear. Ah, go to him. You'll cry if you don't. Hm. Oh man. Hm? I sound so stupid. I don't think so. How embarrassing. Well... Need some more time. No. I'm ready. Did I... miss something? Was ist jetzt die Entscheidung, wenn ich fragen darf? Das klang irgendwie positiv und negativ für meinen... für meine Nerven. Thanks for waiting. I'll go give my answer to Maester Seymour. What? Lord Jisco! Per Whatsapp. Hm? Irgendwas stimmt dann nicht mit Orrin. Lord Jisco! Er ist Lord Jisco! No more. Send ihn jetzt! Ehe! Er ist Lord Jisco! Send ihn jetzt! Ehe! 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 Talk later! We leave now! Was ist denn Zombies? Mein Gott! Was war das jetzt? Das wirklich Lord Jisco? Ich verstehe, wie ein Mann wie Lord Jisco kann sterben und nicht sterben. Ich denke, dass er einen sterben ist. Aber er hat auf Spira. Ein Ding, eine Emotion potvolle, könnte ihn auf diese Welt bringen. Soche Dinge passieren. Das ist gegen die Regeln, nicht wahr? Das bedeutet, dass er sterben ist. Hm. Wäre interessant zu wissen, was Titus in dem Fall dachte. Aber ich kann mir nicht vorstellen. Das war merkwürdig, tatsächlich. Hm. Wobei... Ich bin mir jetzt gerade unsicher. Aber wenn Lord Jisco vor Seymour Buds irgendwie aktiv war... Und er wurde nicht gesendet, anscheinend... Ah ja. Ja, dann schick ihn nach Hause. Also... Jisco ist das Problem von Guado, nicht deinem. Ähm... Was? So, Lulu... Was denkst du über Juna zu heiraten? Oh Gott. Also wie erwartet. Als lange die Pilgrimung weitergeht, Either way ist fine. Das ist es? Was, wenn sie noch nicht mag den Mann? Ist das okay? Menschen heiraten für viele Gründe. Was bedeutet das? Manchmal ist ein Freund nicht Liebe. Du weißt? Geh 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 und Freude zu den Menschen von Spira. Geh 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 und Freude zu den Menschen von Spira. Für Juna sind es nur zwei Schritte der gleichen Weg. Alles, was du brauchst, ist eine Entscheidung. Wenn du das hast, dann brauchst du nicht Liebe. Ich weiß nicht... Hm... Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Wir bleiben so schnell, wie Juna zurückgeht. Ich glaube, dass du bereit bist. Hör, wenn Juna heiraten wird, dann... Was? Das wieder? Ja. Wenn sie heiraten wird, dann möchte ich sie für Liebe heiraten. Siehst du? Aber... Wenn Juna gesagt hat, dass sie den, den sie liebt, dann muss ich objektieren. Hä? Äh... Du machst nicht viel Sinn. Ich weiß. Pfff... Okay. Lulu? Ich habe genug darüber gesprochen. Was? Entschuldigung. 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 Du wirst einen dieser Tage verstehen. Ich will nur nicht, ihr Worten zu geben. Nicht noch. Ich sollte das nicht sagen, aber nicht in Liebe mit ihr. Interessant. Ich glaube, ich könnte dich zu meiner Liste addieren. Ich wünsche dir gute Glück, kleine Junge. Die Bäcker-Force von Tyrus, das ist ja herrlich. Wir bleiben so schnell als Juna... Hm? Ich bin ein bisschen... Worried... About Lord Jiskal. Na, da will jemand das Thema wechseln, ne? Hm... Willst du ablenken, Lulu? Na? 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 Okay. Ja, für ein paar Sekunden, bis es letzten Endes dann geklärt wurde. Nein? Na?